Ab September bietet die Stadtbibliothek Magdeburg erstmals eine digitale Bibliothek mit mehr als 2000 Filmen an. Mit dem Online-Streaming-Dienst Filmfriend können Nutzer jetzt auf ein umfangreiches elektronisches Medienangebot ohne Zusatzkosten zugreifen. Zur Auswahl für zu Hause und unterwegs stehen populäre deutsche und europäische Filme, internationale Arthouse-Kinoproduktionen, Filmklassiker, Kurzfilme, Märchenfilme für Kinder sowie Serien und Dokumentationen. Wer einen Leserausweis besitzt, findet über die Homepage der Stadtbibliothek unter magdeburg.filmfriend.de oder in der Filmfriend-App die ganze Bandbreite des professionell breiten Angebots. Jede Woche gibt es neue Filmvorschläge. Die Handhabung des neuen Online-Services ist bequem. Der gewünschte Film lässt sich mit den Zugangsdaten starten. Filmfriend hat noch weitere Vorzüge. Beliebig lange Laufzeit und ohne Werbung. Die ständig verfügbaren Filme sind fast alle in hochwertiger Auflösung abrufbar. Die Prüfung der Altersfreigabe für Kinder erfolgt durch Anmeldung automatisch. Neben der Onleihe mit einem umfangreichen Angebot an E-Medien erweitert nun Filmfriend das digitale Spektrum der Bibliothek.